Hallo alle zusammen. Die erste Sulzhof-Tanki entsteht, die Tanki 31 und hier nochmal so ein Klangschalen-Video, dass man immer sieht, dass man einfach vorher schon hört, wie der Ton ist. Wie lang die hält. Und die andere Seite mal. Da sieht man auch nochmal schön die Korrosion einfach innen drin. Jede ist einfach ein Unikat, geht gar nicht anders. Das ist einfach ein Unikat. Die Rückseite. Achso, ja genau. Das wollte ich euch noch zeigen. Danke sehr. Also die suche ich auch immer. 25 Liter Caldewey Carflex. Mit schönem dicken Material. Ja. Bye.